Ich bin der Franz, ich bin zwölf Jahre alt und ich mache bei den Filmen wieder die Kamera. Ich bin Lili, ich bin 14 Jahre alt und ich bin für den Schild zuständig. Hallo, ich bin der Leon Fynn, ich mache bei den Filmen wieder mit und bin der Kamera. Ich bin Nina Kulder, ich bin zwölf Jahre alt und ich bin für den Stärken. Ich bin der Luca, ich bin zwölf Jahre alt und ich bin für den Schild. Ich war letzte Woche schon mal mit hier, weil der Film mich überredet hatte mitzukommen und da habe ich mir das angeguckt und mir hat es gefallen. Und da habe ich beschlossen mitzumachen. Ich schneide selbst ab und zu mal ein paar Videos zusammen mit verschiedenen Bildern. Mich interessiert, wie man den Ton ordentlich benutzt, wie man die Kamera besser ordentlich, das Licht und bla 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 benutzt und wie man ein ordentliches Interview macht. Heute drehen wir einen Film über, den Mal- und Zeichenwettbewerb, den Kunstbus Oberlausitz, ein Konzert von Eric Fisch, die große Abschlussveranstaltung von Schattenseitenleben. Was wird mit Zeichenwettbewerb gemacht? Könntest du dich bitte vorstellen? Ich bin der Huwe, ich bin verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit für den Kunstbus Oberlausitz und für die Projektbetreuung und Organisation des Projekts des Schattenseitenleben. Warum heißt das Projekt eigentlich Schattenseitenleben? Das Projekt beschäftigt sich ja mit dem ganzen Thema Traurigkeit, Melancholie, aber auch Freude. Es gibt Tanz-Performances, es gibt Konzerte, es gibt eine Vernissage. Kernanliegen ist es, dass man dieses Thema Schattenseiten, also dieses Thema Traurigkeit auch als Teil seines Lebens akzeptiert, genauso wie Glück und Freude. Wir kommen wieder zu mir. Ihr habt ja gesehen, ihr filmt auch. Was wird das, eine Dokumentation über dieses Projekt? Ja, eigentlich schon. Was machen wir denn so den lieben langen Tag? Wie oft trefft ihr euch? Wir treffen uns jetzt halt jeden Donnerstag und besprechen halt, was wir am Wochenende halt machen oder zum Beispiel heute. Vielen, vielen Dank und einen riesen Applaus für die Filmkids. Schön, dass ihr seid. Mein Name ist Candy Winter. Ich arbeite hier bei den Feitenberg-Wichteln in Neukirch und im Bereich mobile Jugendarbeit. Und ich bin diejenige, die für das Filmprojekt mitverantwortlich ist. Was genau hast du für das Filmprojekt organisiert? Dass es überhaupt so ein Stück zustande kommt, nämlich indem ich euch gefunden habe als Teilnehmer an dem Filmprojekt. Dann haben wir die Technik organisiert, einen Zeitplan erstellt. Wenn es am Wochenende zum Film geht, müssen alle wissen, wann sie wo sein sollen. All das sind die Sachen, die meine Aufgaben sind. Ach so. Ah ja. Mein Name ist Anniko Poppella. Ich arbeite für die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung im Programm Jugendbeweggekommune und das leite ich seit 2016. Wie ist die Partnerschaft zwischen der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und dem Projekt Schattenseiten Leben entstanden? Der Uwe Nimmrichter von dem Projekt kam auf mich zu und meinte, du, ich würde gerne ein Filmprojekt mit jungen Menschen machen. Und da habe ich gesagt, okay, ich finde das eine gute Idee. Und dann haben wir uns getroffen mit der Candy, weil die natürlich durch das Jugendhaus Kontakt hier zu den jungen Leuten hat. Und ja, ganz offensichtlich sind wir ja jetzt gerade mittendrin. Was wünschst du dir, was wir in dem Filmprojekt lernen sollten? Erstmal finde ich es total gut, dass ihr einen Profi an der Seite habt. Weil so einen Film zu machen ist nicht so einfach. Jedes Telefon ist jetzt ausgestattet damit und jeder kann filmen, wenn er das möchte. Aber das in einer guten Qualität zu machen und auch auf Dinge zu achten, die da relevant sind, das ist nicht so einfach. Und deswegen finanzieren wir zum Beispiel die Technik. Das ist das Wichtigste, was ihr braucht, um zu filmen, braucht eine Kamera. Und wir bezahlen natürlich auch den Experten, den Robert, dass er euch zeigen kann, wie das funktioniert. Wo viele verschiedene Leute auf der Bühne sehen? Das ist ein Film, der wird veröffentlicht, den werden alle Leute dann auch sehen. Und für mich ist es ganz wichtig, dass das erwachsene Leute sehen. Erwachsene hier aus der Oberlausitz. Dass Jugendliche aus der Oberlausitz so einen Film gemacht haben und dass man ihnen ruhig was zutrauen kann. Ich bin Lilly von den Oberlausitzer Film Kids. Wir drehen heute hier in Friese in Kirschau in der Galerie Vlogs das Mal- und Zeichen-Workshop von Schattenseitenleben. Und ich zeige euch hier, was abgeht. Wie läuft das am 08.06. mit dem Besucher-Workshop ab? Der zentrale Workshop wird sozusagen gemeinsam mit Künstlern der Kunstinitiative in Friese e.V. stattfinden. Und dann wird es an verschiedenen Tischen verschiedene Techniken geben, die man auch ausprobieren kann. Und wo unter Anleitung von Künstlern dann eben Bilder zum Thema Traurigkeit entstehen. Wie ist Ihr Zeichenstil aufgebaut? Es ist so, dass mich ganz viele Techniken interessieren. Ich viel ausprobiere und was mir dann zusagt, das passiert einfach. Was bedeutet Depression für Sie? Depression bedeutet für mich, dass ich lange Zeit völlig unfähig war zu leben. Ich habe keine Freude mehr gehabt. Ich habe überhaupt keine Gefühle mehr gehabt. Wie zum Beispiel das Depressionsbild da hinten. Da bin ich tief in meiner Depression drin. Und drum herum, es sieht einfach niemand. Niemand sieht, wie viele Menschen es gibt mit Depressionen. Und dass es Beachtung finden muss. Das ist der Grund, warum es diese Ausstellung gibt. Und es ist definitiv eine Krankheit. Aber man schafft es wieder raus. Und das ist die Hauptsache. Das sind die Glanzpunkte. Natürlich gehört auch zum Augenanguit und Taubentraue. Mein Name ist Julia. Ich arbeite in der mobilen Jugendarbeit beim Faltenberg-Wichtel e.V. Und meine Aufgabe ist es, sozusagen die Jugendlichen mit ins Projekt zu bringen. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen einfach dorthin, wo die Jugendlichen sind. Nämlich in die Schulen und in die Jugendhäuser. Wir haben uns mit dem Thema Traurigkeit beschäftigt. Also so mit Fragen, wie fühlt sich das an? Was mache ich, wenn ich traurig bin, damit es mir wieder besser geht? Und dann haben wir dazu gemalt. Was malst du gerade? Ich versuche gerade ein Manga-Gesicht zu malen, was mir wahrscheinlich so gelingt. Was bedeutet Depression für dich? Dass man verschiedene Probleme im Alter, in der Schule, unter Freunden hat. Und dass man sich manchmal halt denkt, was soll ich jetzt eigentlich noch hier auf der Erde tun? Hilft dir das Malen dabei, dich abzuregen von den Eindrücken von Osten? Ja, und Musik hören hilft mir auch sehr viel dabei. Also malen will ich nur, wenn ich Musik dabei höre. Ansonsten male ich nichts. Dankeschön. Was malen Sie gerade? Ich habe mir von Petra eine Technik zeigen lassen, wo man sich ausleben kann mit Farbe, mit den Spachteln hier. Und ich bin ganz begeistert, wie viele Möglichkeiten man hat. Was hat Ihr Zeichenstil mit dem Projekt Schattenseitenleben zu tun? Man kann sich schön ausleben mit Farben, man kann ausprobieren. Und ich strebe eigentlich an, nicht dieses Darstellende, sondern mehr dieses Kreative ausleben. Wie läuft das mit dem Zeichenwettbewerb ab und was ist mit dem Besuchervoting? Das sind die Kinder, Jugendliche und Erwachsene aufgefordert oder werden eingeladen, Bilder zum Thema Traurigkeit, Depression, Melancholie zu machen. Die Kinder und Jugendlichen und Erwachsene sollen ihre Gefühle, ihre Gedanken einfach zu Papier bringen und dann eben zu uns schicken. Die Arbeiten werden dann zum Kunstbuswochenende in der großen Ausstellungshalle in Friese ausgestellt. Und dann können die Gäste ihren Favoriten ankreuzen. Das sind die aus Berlin. Aber das ist beschriftet worden. Das ist Doreen Schmitt. Das ist von der Domäne. Welches Bild gefällt Ihnen und warum? Es gefällt mir. Es mag vielleicht nicht das Tollste sein, aber es ist für mich ausdrucksstark. Weil ich hier rauslese, dass für denjenigen, der das gemacht hat, die Berge als Hindernis empfunden wären. Musik, Sport, Facebook, was man so als junger Mensch aufnehmen muss. Mich würde das auch belasten. Musik, Sport, Facebook und Video, trickle. Welches Bild hast du denn gemalt? Also da ist ein Mädchen drauf, das hat halt ein rotes Kleid an und da ist halt ein gelber Hintergrund. Das Bild heißt Hoffnung und das ist so, weil ich manchmal nicht so Hoffnungen mehr sehe und dann, wenn ich dann mal Hoffnung habe, dass es halt dann so wie erleuchtet. Mein Lieblingsbild war mit Gewitterwolken, also das Bild mit Gewitterwolken, weil mir geht es manchmal genauso. Wenn ich von der Schule hinkomme, bin ich manchmal sehr genervt oder gestresst und da bin ich manchmal einfach aggressiv und das drückt sowas aus sozusagen. Mir hat das Bild mit einem scharfen oder einer hellen Person gefallen. Im Hintergrund war halt sowas wie ein Tunnel und ganz am Ende des Ganges war halt auch noch eine Person. Eher ein bisschen düster. Ich habe mir eine Frau, die halt angemalt ist, ausgesucht, weil halt sehr viel Kunst drin steckt und ich halt für Kunst mich interessiere. Doch, nicht, wie geht es jetzt? Ich war dann einfach so, wenn du da bist. Oh, das geht. So, wenn wir gerne mal ein bisschen in die Zeit lang. Erik Fisch, mein Name. Er ist an mir Rockmusiker, aber auch in anderen Projekten, als Liedermacher unterwegs und seit Neuestem auch Maler. Das Konzert Erik Fisch und Frenz, das ist einer der Höhepunkte. Dort wird Erik mit seinem Solo-Projekt auftreten und nachdenklich bis rockige Songs spielen. Und Erik hat selbst auch eine ganz tiefe Traurigkeit erlebt. Und seine Bilder sprechen auch davon und auch seine Lieder sprechen auch davon. Und er wollte das einfach auch mit uns gemeinsam thematisieren und öffentlich machen. Dass du wunderschön bist und durch deine Tränen ist das doch nicht mehr wahr. Hallo Erik, schön, dass Sie hier sind. Was genau ist naive Liedermalerei? Es gibt eine Kategorie in der Kunstkritik, die heißt tatsächlich naive Malerei. Das meint eigentlich in der Art zu malen, wie es Kinder tun. Nämlich ohne Ausbildung, einfach frei von der Leber weg. Die Idee war geboren worden vor drei Jahren ungefähr. Da hatte ich ein kreatives Loch, was Texte und Musikschreiben betrifft. Und ich habe mich einfach dann besonnen, dass ich seit zehn Jahren eine Staffelei im Keller hatte und ein paar Farben. Und dann habe ich durchgelegt. Und es hat mir riesig Spaß gemacht, hat mich auch befreit. Und jedes Bild ist eben zu einem bestimmten Lied, was ich jemals geschrieben habe, gemalt worden. Also es ist wie so eine weitere Strophe in Form und Farbe. Was genau ist der Musikstil von Erik Fish & Friends? Ich war in frühester Kindheit an einen Fan von Liedermachern wie Gerhard Schöne, Hannes Wader, Hermann van Wehen. Solche Leute haben mich immer sehr interessiert, auch inspiriert. Und so habe ich dann einfach angefangen, Selbstsongs zu komponieren im Stile eines Liedermachers. Also sehr puristisch. Ein Song, der einfach ohne jegliches Beihwerk als Song funktionieren muss. Also es ist eine sehr entspannte Art und Weise, Musik zu machen. Wir sind der Fanclub, der Offizielle von Erik Fish & Friends. Und wir nennen uns die Traumfänger. Sind verteilt in ganz Deutschland, haben aber auch Mitglieder in Frankreich und Österreich, teilweise auch in der Schweiz. Und wir sind so ein bisschen im Hintergrund, so die kleinen Helferchen. Und wir sind eigentlich so eine kleine Gemeinschaft von Freunden, von Gleichgesinnten. Ich kenne die Bands seit 15 Jahren und Texte sind halt tiefsinnig, bedeutet mir viel die Musik. Und vor allem, man findet halt hier sehr viele Leute, die den gleichen Geist haben. Und dadurch hat man einfach so gewisse Seelenverwandtschaft gefunden. Weit, 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 draußen auf dem Meer, draußen auf dem Meer, draußen auf dem Meer. Sei, 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 aber wir nicht mehr, aber wir nicht mehr. Und wenn der Schlosser reißt die Seelen, tauen, patschen und versuchen, glücklich durch die Nacht. Warten spiegeln sich die Welle, ganz aufs Wasser, wie man sagt, wie solche Macht. Und dazu führen wir am Kriege, feiern stolz, blutige Siege. Und begraben unsere Kriege, denn der Tod bleibt für die Siege. Wir fahren heute mit dem Kunstbus zu den verschiedenen Kunstorten, schauen uns um und ihr seid dabei. Wie läuft das mit dem Kunstbus eigentlich ab? Der Kunstbus Oberlausitz findet in diesem Jahr zum sechsten Mal bereits statt. Der ist so aufgebaut, dass Busse, also dieses Jahr sind es sechs Busse im gegenwäufigen Ringverkehr, Kunststandorte und Kunstorte miteinander verbinden. Und an jedem dieser Standorte finden ganz viele Events statt. Das kann Tanz sein, das können Lesungen sein, das können Konzerte sein. Denn in den Bussen selber sind dann auch Künstler unterwegs, also in diesem Jahr sind es Musiker, die eben dann auch für ganz viel Kurzweil sorgen. Was gefällt dir am besten am Hausschminke? Erstmal schon der Garten, dadurch kommt schon so eine ruhige Atmosphäre rein, wenn man als Besucher hier reinkommt und natürlich die Weite und die Helligkeit des Hauses. Gefällt Ihnen bisher das Kunstbuswochenende und was waren Ihre Highlights? Ja, ich fand es bisher sehr schön. Ich war gestern im Nikolai-Turm. Dort gab es Kurzfilme, die waren sehr, sehr interessant. Welche Bedeutung hat der Kunstbus in der Region? Na, auf alle Fälle würde ich denken, ist das wirklich eine sehr schöne Anregung, mal an Stellen zu kommen, wo man sich vielleicht schon lange vorgenommen hat, dorthin zu fahren und das einfach nie gemacht hat. Und jetzt doch ganz gezielt diese Stellen anfährt. Ist ja super bequem und außerdem sehr unterhaltsam mit der Musik im Bus. Ich finde, das ist sehr schön, sehr anregend. Dankeschön. Hey, hallo. Ich bin Künstler und mache ein Kunstprojekt und ich frage alle Besucher und auch euch, was wünschen Sie sich, also was wünscht ihr euch für die Region, für euch selbst oder für die Welt? Oh, jetzt habe ich geschrieben, mir erwünscht. Ich wollte in der Fälle nicht. Weil hier, das habt ihr vielleicht schon öfter gehört, ihr seid die Zukunft. Ich scheibe uns eine Seite hier. Kann auch nur ein Wort, zeich. Ich scheibe beide Seiten. Das war's für heute. Welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht der Kunstbus Oberlausitz in der Region? Also für mich ist es ganz wichtig, dass alle die Menschen, die im kulturellen Bereich arbeiten, dass sie sich besser kennenlernen. Und wir haben festgestellt, gerade weil wir ja immer verschiedene Routen entwickeln, dass die wenigsten Vereine und Aktiven sich eigentlich auch kennen. Und das ist eigentlich das Schönste, dass auch wenn wir nach Abschluss des Kunstbusses, nach dem Kunstbuswachenende unsere Auswertung machen, man feststellt, es bleibt am Ende noch was übrig. Und viele Vereine arbeiten dann auch danach noch weiterhin zusammen. Auf was freuen Sie sich am meisten? Also ich freue mich immer am meisten darauf, wenn ich die Besucher an den Orten sehe und ich auch erkenne, dass sie sich einfach erfreuen an dem, was auch präsentiert wird. Und dass auch viele Menschen und auch Besucher und Kunstbusfahrer mich ansprechen und sagen, Mensch, das ist so eine tolle Idee. Das freut mich. Wie gefällt Ihnen das Kuchen? Wie gefällt Ihnen das Kuchen? Wir haben uns jetzt bloß gestern, waren wir am Löber im Haus Schminke. Das war eine ganz tolle Führung, haben wir da bekommen. Und wo waren wir noch? Im Kapuzinschloss. Ja, genau. Wir haben ein schönes Konzert bzw. eine tolle Lesung erlebt, die man sich sonst wahrscheinlich nie angetan hätte. Und jetzt sind wir heute früh wieder zum Reithaus gefahren, in Neuselzer Sprennberg. Jetzt gucken wir uns ein bisschen altes Handwerk an. Man kann es schön nicht verhandeln. Also das Zimmererhandwerk ist ein sehr altes Gewerk. Seitdem mit Holz gebaut wird, sind Zimmerleute am Werken und Wirken, die Hölzer zu verbinden und so zu verbinden, dass die Kräfte, die an dem Haus auftreten, abgeleitet werden ins Fundament des Hauses. Jede Verbindung so zu machen, damit sie am Ende optisch schön aussieht und statisch ihre Aufgaben erfüllt. Das ist die Kunst des Zimmermanns. Es wird, was die Rekonstruktion oder den Denkmalschutz angeht, sicherlich immer die alte Handwerkstechnik gebraucht werden, weil dort die Ansprüche zum großen Teil gesetzt werden, kein Metall. Und dort behält die Zimmermannskunst schon ihre Daseinsberechtigung. Das ist jetzt ein Test. Wir dürfen uns auch ummachen. Nee, für mich ist das nicht. Wir dürfen uns auch umgekehrt werden. Ich fand bei dem Reiterhaus in Neusalzisch-Prennberg die Zimmermannskunst sehr schön, weil es gefällt mir einfach. Da verbindet man keine Nägel, da macht man was aus dem Naturholz. Mit dem Spinnrad, das war so komisch, dass das funktioniert. Dass man einfach so eine Wollklumpen ein Seil macht. Nur mit Tränen. Wir, die Filmkids, haben es fast geschafft. Wir haben heute unseren letzten Drehtag und sind auf der Abschlussveranstaltung von Schattenseitenleben in Kirscher und Friese. Jedes Projekt, sei es noch so schön, muss einmal ein Ende haben. Und so wird es auch bei diesem Projekt sein, das ist die große Abschlussveranstaltung, wo die Gewinner des Mal- und Zeichenwettbewerbes ausgezeichnet werden. Und die Preise sind Kopfhörer und eine CD von Erik Fisch. Und, das ist was ganz Besonderes, die Gewinner haben die Möglichkeit, in der Siebdruckwerkstatt vom Friese ihre Bilder zu vervielfältigen, also Drucke anzufertigen. Wir sind eigentlich nicht so künstlerisch veranlagt, aber unsere Tochter hat hier ein Bild mit abgegeben, am Wettbewerb teilgenommen, hat dadurch eine Einladung gekriegt und man muss ja auch offen sein für alles. Also sind wir heute Abend mal hier erschienen. Und es ist auch ganz interessant, weil ich kenne das Gebäude hier eigentlich noch von früher als Produktionsstätte und ich bin eigentlich heute zum allerersten Mal hier in dieser Galerie. Musik 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 Ja und damit Ihnen ein herzliches Willkommen zum heutigen Abend, zum großen Finale. Ich freue mich riesig, dass ich heute Abend Sie durch den Abend begleiten darf. Herzlich willkommen Dietmar Neser und Uwe Nimrichter. Die letzten Monate, die waren für Euch sehr ereignisreich. Was ist alles passiert? Es war ein Projekt, was immer mehr gewachsen ist, die Schattenseiten des Lebens Leben zu lernen. Da hat sich das bei einem Verbundprojekt entwickelt, von einer Größe, wie wir es anfangs nicht gesehen haben. Applaus Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Part. Ihr habt nämlich einen Mal- und Zeichenwettbewerb ins Leben gerufen. Der erste Preis des Mal- und Zeichenwettbewerbs ist Baden- und Pashten mit dem Bild Entspannung. Herzlichen Glückwunsch. Applaus Der zweite Preis des Besucher-Votings geht an Alessa Granzow und Staubach. Applaus Applaus Ich freue mich, dass die Arbeit, die ich in das Bild reingesteckt habe, jetzt auch Anerkennung kriegt. Aber man hat ja gesehen, dass es viele verschiedene Bilder hier gab, abstrakte und gegenständliche. Und deswegen finde ich es gut, dass mehrere Preise vollgeben wurden. Aber es freut ihn natürlich, dass man auch unter den Gewinnern ist. Was war der Hintergrund, Gedanke und die Bedeutung bei dem Bild? Das Bild stellt ja ein Kind dar, was in Richtung Himmel greift, was für mich auch irgendwie nach den Sternen greifen verbunden werden kann. Und in die Zukunft schauen. Ich stehe jetzt vor Vollendung der 11. Klasse und komme jetzt in die 12. Und deswegen habe ich jetzt viel zu tun mit meinem weiteren Lebensweg. Und das lösen natürlich immer gemischte Gefühle aus, wenn es darum geht, sich endgültig festzulegen, was man später machen will. Und das sind so die Gefühle, die ich damit verbinde. Dankeschön. Applaus Applaus Als Reporterin habe ich vor allem auch gelernt, dass ich keine Ja-Nein-Fragen stellen soll, weil es wäre sonst halt einfach viel zu wenig. Einfach dazu noch fragen, warum oder wieso. Also mir hat das vor allem auch gefallen, mit den Leuten zu reden und dass ich einfach halt ein bisschen offener bin und fragen kann. Und dass die Leute halt echt nett sind. Einen guten Film macht für mich aus, wenn zum Beispiel jetzt nicht die Kamera so wackelt, irgendwie so, sondern ruhig steht. Wie jetzt zum Beispiel auf einem Stativ. Dass der Ton keine Staugeräusche dazwischen hat. Ich möchte das mitten im Verhegen. Dass das Video sinngemäß geschnitten wurde. Dass es nicht gleich vom Thema abweicht, sondern immer beim Gleichen bleibt. Am Filmemachen gefällt mir halt alles. Ich war letzte Woche schon mal mit hier, weil der Film mich bereitet hatte, mitzukommen. Und da habe ich mir das eingeguckt und mir hat alles gefallen. Und da habe ich beschlossen mitzumachen. Ich schneide selbst ab und zu mal ein paar Videos zusammen mit verschiedenen Bildern. Ich bin ein Filmemacher, der in Mark und Zweifel im Verlauf ist. Ich bin ein Filmemacher. 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 Und da habe ich ursprünglich geimpotiert. Ich bin ein Filmemacher. Untertitelung des ZDF, 2020